Moin! Jo Leute, heute neues Video Cargohosen. Branded wird dem einen oder anderen bestimmt auch ein Begriff sein. Ja und weil uns so viele gefragt haben, stellen wir die einfach nochmal vor. Die gibt es in ziemlich vielen Farben. Wir haben die jetzt hier einmal in cream und in schwarz, wie ihr sehen könnt. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie die fitten. Also, wie ihr seht, der Fit ist ziemlich fresh. Die steckt schön auf die Schuhe auf. Schönen breiten Fit auf jeden Fall. Was uns sehr gut an der Hose gefällt, sind auf jeden Fall die ganzen Details. Man hat viele Cargotaschen an den Seiten und überall kleine Schlaufen und kleine Details. Für das Geld ist das auf jeden Fall ein richtig gutes Gesamtpaket. Zusätzlich hat man auch die Möglichkeit, mit den Bändeln unten die Beinweite zu verstellen. Also Leute, kurzes Fazit. Wir haben hier einfach eine echt gute Hose zu einem echt stabilen Preis. Das kann man einfach nicht anders sagen. Für alle, die jetzt noch zugucken, wir haben eine kleine Überraschung für euch. Und zwar verlosen wir eine von diesen geilen Hosen auf unserem Instagram. Unter den ersten 1000 Abonnenten. Sobald diese Grenze überschritten ist, ist Schluss. Und dann losen wir einfach einen aus und melden uns bei dir. Über den Colorway und die Size sprechen wir dann. Also Leute, wir wünschen jedem viel Glück und haut rein. Ciao. 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 Ciao.